Next Time Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CitySkylines Wir hätten ja beim nächsten mal hier das bisschen angefangen weiter zu bauen und zu erweitern, denn jetzt brauchen wir auch hier Strom und Strom ist los das haben wir jetzt auch Strom und dann haben wir auch hier erweitert wo sie jetzt auch Wasser brauchen da oben um halt ein bisschen Industrie herzukriegen Wobei das brauche ich eigentlich nicht so zu machen So, was brauche ich mir denn noch? Also, wie sieht das eigentlich mit dem Müll aus? Uhhh Ja, weil die eigentliche Mülldeponie fehlt Die gerade entläfert Die werde ich dann hier oben hin verschieben Gut Gut Wohnungen Ja, bräuchten wir eigentlich auch theoretisch ja, was habe ich dann, okay, dann können wir hier auch nochmal Eigentlich alles hier hin machen, so So, dann hätten wir das auch fertig. Huch, so. Dann hätten wir es auch so weit eingeschlossen hier. Alter, was für ein Stau hier. Ich müsste dann hier auch irgendwie schauen, dass ich... Abfahrt reinzauber dann. Oder irgendwie so ein Weg. Oh Gott, das wird noch Arbeit werden hier. Dass er hier alles wirklich dann in Autobahn umzubauen. Dazu muss ich mir mal offline Gedanken machen und mal das Spiel auch offline auszuprobieren. Wie ich eine Auffahrt dann dort baue hin. Wann hin? Ah. Mein Deutsch ist auch wirklich perfekt. Aber es ist halt sehr warm. Von daher... Verzeiht das da? Ja, wenn ich da... Ja. So, was ist... Äh... Stimmt, da habe ich ja... Äh... Was hat da eigentlich der... Pagan Heights Speedy eigentlich gemacht? Nichts hier. Äh... Alles muss man selber machen hier. Dann können wir dann die Leitung ein bisschen länger machen. Dann können wir die dort abreißen. So. Jetzt passt das besser. Wasser haben wir allerdings auch nicht mehr so viel. Also da müssen wir dann auch jedenfalls noch nachlegen. Strom ebenso. So, das wäre auch jetzt das Wichtigste, was wir zuerst machen. Strom. Strom. Hä? Es ist also gerade, dass es Wunder und Wind... Sachen stehen da noch gar nicht stehen sollten. Aber okay. Habe hier schon zumindest mal einen kleinen Windpark. Der hat uns damit Strom versorgt. Wir haben auch eigentlich Rechlichkeit, um nochmal... So was zu bauen. Wobei hier auch schon die... Müllfahrzeuge schon in Schlange stehen. Um hier rauszukommen. Das ist so eine Sache, die sehr problematisch ist mit dem Verkehr. Wieso ist hier... Ach so. Okay. Sollte Wasser hier liegen. Wäre sinnvoll. Ähm... Ja... Das ist... Das ist ein Problem. Wie lösen wir das? Da hier ja sowieso... Ach nee. Scheiße. Ah... Ah... Müll... Nächste Moment. Müll der Pony ist voll. Es ist eigentlich schon schwierig genug, weil wir hier ja eine Autobahn hinmachen wollen. Ich muss mich nicht komplett von der Autobahn abkapseln, aber das kann ich nicht. Die Autobahn möchte ich hier schon gerne durchbauen, bis ich müsste umbauen. Ich... Da müsste ich dann hier die Auffahrt bzw. die Abfahrt hinmachen. Das... Jetzt nichts. Ich kann auch nicht, weil die Müllboden hier noch ist. Äh... Äh... Ich muss mir wie gesagt mal einen Plan dafür machen, wie wir hier was bauen. Im Moment lasse ich einfach den Platz hier frei. Einfach. Was ist das? Ach so, das ist ein Busdepot. Ach... Das stimmt ja. Fährt ja eigentlich schon eine Buslinie entlang. Äh... Stimmt. Eine Buslinie fährt ja schon. Ach... Und ich bräuchte jetzt eigentlich auch hier eine. Könnte ich eigentlich nicht machen. Jetzt auch kein Problem. Dann starten wir mal. Oh. Rot. Auch gut. Lassen die Busse dann... Ich lasse die Busse hier reinfahren. Zack. Zack. Ah. Jetzt... Beste wohl. Lassen sie hier dann ins neue Gebiet rein. Wobei dieses Gebiet hätte eine Eingebotslinie verdient. Deshalb fahre ich dann nur... Hier hin. Dahin. Und dann... Jetzt zurück. Dann hätten wir schon mal eine neue Buslinie. Und zufriedene Bürger. Wir brauchen mehr... Oh. Brauchen wir auch noch Strom. Gut, dass es hier so viel Platz gibt. Reicht das? Ja, okay. Eigentlich wollte ich hier was anderes hinmachen gerade. Aber okay. Zieh mir da ein bisschen... Davon hin... Oh, die Zeit vergeht so langsam bei mir. Oh. Ich bin wirklich... Oh. Wirklich grob hier vor dem Wetter. Also mit dem Müll geht mir das dezent hier auf den Keks. Jetzt wäre eine Schnellverbindung hier rein. Gut, aber... Hm. Wirklich, schwierig. Okay, das erledigt sich auch hier langsam. Also, man muss schon sagen, es wird schon viel schöner, wie wir werden. Und... Ich kenne das ja auch hier. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss und tschüss. Warte mal, ich mach mal eben... Ich mach das hier mal einmal hier. Und zurückgehe ich und dann... So. Dass die Leute da hin... Entschuldigung, dass... Das hier... Oh, ich muss... Ich reiß diese von der Hand ab. So, da können sie sich dort neu bilden und dann ist es perfekt fertig. Huch. Das war die eigentlich jetzt nicht gerade, aber okay. Okay, das wird auch alles hier schön. Und dann packen wir hier so ein paar schöne Bäumchen hin, die ich immer noch nicht heruntergeladen habe, weil diese Folge am selben Tag wie... die andere Folge aufgenommen wird, die jetzt schon kam. Letzte Woche. Und das werden wir dann auch wahrscheinlich hier noch ein bisschen verschönern. Ich suche noch ein paar Hecken eigentlich. Hecken sind gut. Die könnte ich eigentlich auch dort... eigentlich hin machen. Anstelle von Häuser hier. Aber ich muss sagen, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Sag mal so, hier ist es zwar ruhig, aber... Na gut. Hier an den Rand möchte ich jetzt nicht wohnen, weil hier... ganz schön der Stau ist. Machen wir hier auch noch ein bisschen illustrieren. Wenn wir schauen, welches... Noch ein bisschen brauen davon. Dann haben wir es da. Aber wie ich sehe, ist die Folge auch schon wieder rum, auch wenn sie nicht ganz 15 Minuten ist, aber egal jetzt. Alles Weitere sehen wir uns... Äh... Ist dann alles in der... Alles Weitere ist dann in der Videobeschreibung. Sprich, Links zu Twitter und Facebook für die Stream-Einkündigung und halt eben auch den Tisch... Profil... Kanal... Ich kann nicht mehr sprechen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!